Hallo Freunde von World of Warships an diesem wunderschönen Samstag und jetzt ist tatsächlich Wochenende, deswegen ein wunderschönes Wochenende. Morgen ist der dritte Advent, da werden wir wieder alles verlosen und deswegen ist heute traditionell am Freitag, an dem man, ah am Samstag, an dem man wenigsten Zeit ist, damit alle Leute unter der Woche mitmachen können, einmal 30 Tage Premium. Wer Bock hat, wie gesagt, kann gerne am Sonntag um 11 Uhr in den Stream kommen, da dürfte ich da sein, außer ich will meine Eltern besuchen, aber ich glaube die Möglichkeit dazu besteht noch nicht und das nächste Woche ist ein bisschen kritisch, ich muss es im Voraus aufnehmen. Und für all jene, die sich gewundert haben, ja ich habe 5, 6 verschiedene weiße T-Shirts aus dem einfachen Grund, weil hier hinten ein Greenscreen ist und ich sonst blaue T-Shirts habe, ich habe auch ein paar schwarze, aber blau flimmert so komisch und dann sind die Ecken so ausgefranst und es ist ein bisschen, es ist kurios. Zudem ist es ein Breitbild, weswegen ich viel schmaler bin, als ich sonst bin, ich bin natürlich sonst so ein Custom, das ist klar, aber macht mit bei den 30 Tagen Premium und ich will auch nicht länger zulabern. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir sehen uns dann spätestens, ja entweder im Stream, im nächsten Video, Montag wieder mit den neuen Verlosungen oder am Sonntag im Verlosungsvideo. Ich wünsche euch einen grusamen dritten Advent und bis bald, ciao.